So, jetzt einmal freundlich über den Rückenstreichen des Vorgängers. Und ich glaube, die Kapuzie könnt ihr euch abnehmen. Ja, weil die Haare von hier. Ach, das passt schon, das ist schön. Seid ihr startklar? Schlaglöcher. In unserer Stadt haben sich in einigen Straßen große Lächer gebildet. Wenn man hier fährt und steuert ist, man gelangt schnell in ein Schlafloch. Oder man fährt im Zickzack um die Lächer herum. Um eine Straße auszubessern, müssen zuerst die Löcher gereinigt werden. Dann kommt der Trecker und bringt eine Asphaltmischung. Und damit werden die Löcher aufgefüllt. Die Löcher werden aufgefüllt mit der Asphaltmischung. Danach wird Wasser darüber gesprüht. Zum Schluss fährt eine Straßenwalze über den Asphalt und glättet die Straße. Nun kann man wieder ohne Probleme fahren. Gute Fahrt. Okay, bedankt euch. Vielen Dank.